Pfanzelt S-Line Seilwinden bilden mit Zugkräften zwischen 5 und 7,2 Tonnen den Einstieg in die professionelle Getriebe-Seilwinden-Klasse. Die Technik ist dabei die gleiche wie bei den größeren Modellen, lediglich die Dimensionen sind an die Abmessungen der meist kleineren Schlepper angepasst. Die in Fahrtrichtung verbaute Seiltrommel ermöglicht geringe Seilauszugskräfte von nur 30 Newton. Da die breite Trommel über einen großen Innendurchmesser verfügt, liegt der Zugkraftabfall bei serienmäßiger Seilausstattung bei nur sehr geringen 21 Prozent. Das besonders stabile Rückerschild ist aus hochfestem Feinkornstahl in Keilform gefertigt und sichert auch bei seitlichem Zug eine hohe Standfestigkeit. Durch die niedrige Positionierung der Seileinlaufrolle wird bei der Seilarbeit eine untere Seileinlaufrolle nicht benötigt. Seitlich betätigbare Abstellstützen sichern einen bequemen An- und Abbau der Seilwinde an den Schlepper. Der Antrieb über ein Schnecken- und Stirnradgetriebe ist äußerst robust, langlebig und nahezu wartungsfrei. Die hydraulische Eigenversorgung sowie die Steuerung des Brems- und Kupplungsvorgangs durch Mehrscheiben-Lamellenpakete ermöglichen eine exakte und sichere Seilarbeit. Noch mehr Sicherheit bietet die am Markt einzigartige Pfandzeltpräzisionssteuerung, PPS. Sie ermöglicht dem Bediener einfach und schnell, die Überschneidung von Kupplung und Bremse an unterschiedliche Rückersituationen anzupassen. So kann die Überschneidung auch speziell für Gefahrbaumfällungen angepasst werden. Das Lastsenkventil, das es dem Bediener ermöglicht, ein unter Last stehendes Seil dosiert zu entlasten, bietet zusätzliche Sicherheit bei der Seilarbeit. Der optional erhältliche Pfandzeltseilverteilarm mit integrierter lastabhängiger Seileinlaufbremse garantiert eine saubere Wicklung des Seiles. Der Pfandzeltseilausstoß erhöht den Bedienkomfort. Die Ausspulvorrichtung presst das Seil über mehrere Andruckrollen auf einem großen Radius fest an die Seilrolle. Durch den besonderen Aufbau ist die Funktionsfähigkeit auch bei Verunreinigungen oder Seilverletzungen gegeben. Für sicheres und bestandsschonendes Arbeiten werden die Pfandzelt-S-Line-Seilwinden serienmäßig mit einer Funksteuerung ausgestattet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017